Hi Leute, Mr. Bergweteran wieder hier. Heute mit Minecraft. Ich möchte euch eine Maschine zeigen, mit der ihr duplizieren könnt. Sprich, meines Wissensstands könnt ihr Diamanten, Gold, Smaragde, Eisen, Redstone, Kohle, Heuballen, Schleimis etc. alles glitschen, also duplizieren. Und bevor ich mich hier lange verplappere, fange ich gleich an. Also ihr braucht jetzt mal 4 Redstone-Fackeln, dann braucht ihr einen Hebel, eine Werkbank, mindestens ein Redstone. Und wenn ihr die Maschine ein bisschen umbaut, mehrere Redstone, dann braucht ihr eigentlich nur noch einen Spender und einen Block, den ich hier schon platziert habe. Die Redstone-Repeater braucht ihr auch, nur wenn ihr die Maschine erweitert, Spender habe ich gesagt, und eben diesen Block. Dieser Block muss so sein, dass er Redstone-Fackeln aufnehmen kann, sprich also keine halben Blöcke etc. Dann baut ihr mal um diesen einen Block, den ihr gebaut habt, Redstone-Fackeln. Darauf setzt ihr einen Redstone. Dann baut ihr einfach immer links vom Block, wenn ihr so drauf schaut, also wenn ihr so schaut, am links einfach. Scheiße. Ne, so darf das nicht sein. Auf die Redstone-Fackel müsst ihr diesen Spender draufsetzen. Dann bei der rechten Fackel, die ihr hier seht, immer rechts, also wenn hier der Spender ist, hier rechts, also wie man drauf schaut, immer rechts. Setzt ihr auf diese Fackel eine Werkbank. Und an die Werkbank macht ihr jetzt in gedückten Zustand diesen Hebel. Somit ist die Maschine schon fertig, ist komplett überlebenstauglich. Also ich habe hier nichts gecheatet oder sonst irgendwas. Ich bin hier auch auf einer Überlebenswelt, die rein überleben ist, also ohne Creative. Und habe das hier gebaut. Ich sage es im Vorhinein, die Idee ist nicht von mir. Das hat jemand anderer entdeckt, erfunden, etc. Ich wollte es euch nur zeigen. Und bevor ich jetzt hier irgendjemanden nenne, der das auch gebaut hat, keine Ahnung, es gibt ja zig Leute, die das schon nachgebaut haben. Aber wer jetzt das richtig gefunden hat, kann keiner sagen. Ich sage jetzt nichts dazu. Ja, nur mal zu dem Thema. Ja, probieren wir mal die Maschine. Also Block, vier Redstone, Fackeln rundherum, Redstone drauf, links Spender, rechts Werkbank plus Hebel, fertig. Ich habe jetzt mal zur Demonstration drei volle Stacks Weizen und 45, also drei volle und 45. Im Idealfall bekomme ich jetzt dann 7 Stacks und 15 raus. Nee, nee, nicht 15, mehr als 15. So um die 20 irgendwas ist im Idealfall. Aber das wird nicht so sein, weil das ist relativ schwer. Wenn ich jetzt dann die Maschine starte, dann ist es so, dass ich schnell auf die Werkbank gehe, dann switche ich zu Dekorationen, gehe auf diese Spalte, suche mir den Heuballen, der hier ist. Dann warte ich, bis dieser Dispenser 8 Weizen rausgeschmissen hat. So wie jetzt fängt die Maschine einfach an, weil er hängen geblieben ist. Das passiert aber öfter. Die Maschine bleibt des Öfteren mal hängen. Dann müsst ihr einfach nochmal Schalter, Einschalter aus. Und wenn ihr eben da unten seid, wenn ihr 8 oder 9 habt, drückt ihr 2 mal X. Andere sagen, dass wenn ihr X spammt, dass es besser funktioniert. Aber für mich persönlich, ich mache das anders. Ich mache es mit den 8. Also wenn ich sehe, es sind 8 Weizen da, dann drücke ich 2 mal X und dann funktioniert es eigentlich meistens. Aber eine Garantie hat man eben nie. Zu spät, warte. Jetzt bleibt sie wieder hängen. So, jetzt geht's. Wenn ihr seht, meistens funktioniert es mit den 8. Und wenn ihr jetzt auf die Blöcke schaut, dann seht ihr immer, dass 2 Blöcke hinzukommen. Nicht nur einer. Weil man braucht für einen Block 9. Und man hat ja nur einmal 9. Aber man macht 2 Blöcke mit diesen 9 Weizen. Das heißt, es wird verdoppelt. Aber es sieht eigentlich gut aus. Jetzt habe ich mal einen guten Lauf. Weil meistens ist es ja der typische Vorführeffekt, der das Ganze scheitern lässt. So, jetzt ist sie leer, die Maschine. Oh, jetzt wird's dunkel. Also, ich kann leider nicht auf Tag setten, weil ich eben in Überleben bin. Wie ihr wisst, ich habe 4 volle Stacks reingetan. Und ein Stack mit 45. Jetzt habe ich 5 volle Stacks. Also von 3 vollen auf 5 volle Stacks. Und 37. Also es hat sich vermehrt. Das hat schon mal funktioniert. Jetzt baue ich kurz meine Maschine hier ab. Und zeige ich euch meine Maschine, die ich erweitert habe. So, alles mitnehmen. Theoretisch müssten auch andere Blöcke gehen. Da ist meine Maschine. Also die ist links und rechts. Somit können hier zwei Leute arbeiten. Und hier ist mein Hundeköter hier. Hier ist praktisch die rechte Maschine. Hier ist die linke Maschine. Ich habe hier dann noch einen Trichter draufgesetzt mit einer Kiste. Dann kann ich das mehr befüllen. Dann kann ich länger glitschen. Und brauche nicht immer zu wechseln. Hier habe ich meine Materialien, die ich glitsche. Hier habe ich immer eine Reihe vorbereitet. Dann nehme ich einfach die Reihe raus. Tue sie in den Spender und glitsche dann. Und das, was immer mehr wird, mache ich einfach oben in die Kiste. Hier rein und somit glitsche ich dann eine Zeit. Dann mache ich hier wieder die Reihe Vollunterrest gehört mir. Eben mit diesen Materialien mache ich es jetzt mal. Zum Hintergrund, jetzt gehe ich kurz hier rein. Hier geht es rein. Ja genau. Von hinten, wenn ihr jetzt mal schaut, ich habe hier den Schalter nicht auf die Werkbank gesetzt, sondern eins rechts daneben. Und diese führt über diese Repeater hier rein. Das heißt somit, wenn ich den Schalter betätige, dauert es viel länger, bis der Spender zu droppen beginnt. Dann habe ich einfach mehr Zeit. Das war eigentlich mein Hauptmerkmal. Oder mein Bedürfnis, dass ich irgendwie stillen wollte. Wenn ich den Schalter drücke, dann habe ich hier einfach mehr Zeit. Passt. Das war jetzt meine Maschine. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das war jetzt eigentlich ein kurzes Video. Nur kurz erklärt, wie es funktioniert. Erklärt habe ich es, gezeigt habe ich es. Dann bin ich fertig. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like und ein Abo dalassen würdet. Und würde somit sagen, ne, sagt mal so, also lasst mir mal einen Kommentar, also einen Kommentar da, wie euch diese Maschine gefällt und ob es bei euch auch funktioniert. Weil ich kann mir vorstellen, dass sicher jetzt die nächste Zeit wieder mal gepatcht wird und dass es dann nicht mehr funktioniert. Aber lasst mir mal einen Kommentar da, wie ihr das so findet. Ja, dann passt das. Eben wie gesagt, lasst mir ein Like da, würde mich freuen, oder ein Abo. Und wir sehen uns, Leute. Ich wünsche euch viel Spaß beim selber bauen und beim ausprobieren. und ich werde mich demnächst wieder mit einem Video melden. Dann sage ich bis zum nächsten Mal, Leute. Viel Spaß. Euer Mr. Bergwetteran. Tschüss.